Hallo allerseits und willkommen zu einer weiteren Folge von The E-Verbys in The Assignment. Und wo muss ich jetzt hier eigentlich lang? Weil ich bin jetzt zwar je hochgeklettert, aber... Äh... Irgendwie ist hier nichts. Wo komme ich hier raus? Ist hier irgendwo was angekritzelt an der Wand? Ähm... Nöööö? Ich meine, durch die Typ kann ich jetzt nicht so raus, oder? Nööööööö? Hä? Da ist auch nichts. Ach, ach. Ich bin so blind. Warum habe ich diesen Schacht nicht gesehen? Ich habe wohl schon verdrängt, was in meiner Umgebung so ist. Mäh. Aber da unten ist so ein gekritzeltes. So ein Grund. Stern-Gedöns. Sebastian! Weiß. Get me! Joseph, wang! Erfährt man hier eigentlich auch, warum eigentlich hier Joseph sich da so langsam verwandelt hat? Würde ich gerne mal wissen. Hm, Verteiler? Achso, noch so ein Verteiler-Gedöns. Äh, aus dem Sicherungskasten verteilen. Ich brauche doch noch drei weitere, glaube ich. Die wo sind? Da geht es, glaube ich, nicht lang. Ich muss, glaube ich, hier runter. Stimmt. Stimmt, hier unten ist auch noch so ein Ding. Wette ich mal. Nein, andersrum. Ja, da oben ist schon mal eins. Das sehe ich. Ist hier sonst noch wo eins? Was? Alter! Schnauze! Bleib liegen, gefälligst. Da hinten ist nix, ne? Kann ich das schon? Nein, kann ich nicht. Da ist auch nix. Gut, dann, äh, mal hier hoch. Hier ist aber auch nix. Mäh, nix blöd. Aber ich sehe da, da ist eins. Äh, wie komme ich denn jetzt da rüber? Ja, okay, da ist ne Tür. Hä? Geht ja, glaube ich, doch nur dann über, über das gemalte Zeug da unten, aber... Hä? Okay, von da bin ich gekommen, das stimmt, ja. Äh, jetzt bin ich ein bisschen... ...überfragt, ist hier irgendwo so noch so, 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 so ein... ...ventil, wobei, vielleicht, kann, kann vielleicht auch sein. Das kann vielleicht auch sein, dass ich vorher erst mal eins irgendwo hinsetzen muss. Äh, hallo? Achso, okay. Ah ja, ja. Das habe ich mir schon gedacht, dass ich irgendwo eins hätte hinsetzen müssen, einfach. Ich hoffe, ich komme jetzt nach da oben rechts hin. Oder noch besser, zu beiden. Wäre nicht allzu schlecht. Ja, ich glaube, das ist einer von diesen Räumen. Kann ich da rein? Ne. Doch. Aber hier ist... ...nix. Verdammt. Warum ist da nix? Warum kann ich da... ...wär, wär, 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 wär. War das jetzt nur die Tür? Auf jeden Fall will ich da nicht drüber latschen. Das sieht nicht gesund aus. Da muss ich nicht... ...da, ne, ne, doch, da, da. Wo geht's denn zu anderen... Ne, Quatsch. Wo geht's denn da auf der anderen Seite raus? Hallo? Sicherung? Gewehr das Ding. Ne, da geht's nirgendwo hin. Ich müsste noch da vorn hin, oder nicht, ne? Weil ich mir irre, muss ich noch da vorn hin. Weiß. Das ist Ruvik, oder? Dieses Ding hab ich von Ruvik doch gehabt, oder? Ruvik? Äh, Alter. Was soll der Scheiß? Wieso hast du da eine Wand hingepackt? Okay, bleibt ja nur noch... Och, nö. Hier drüben! Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Nee, 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 nee Nein, nein. Komm, komm, stirb. Alter. Warum hat das Ding so eine Verzögerung? Naja, okay, wäre vielleicht ein bisschen zu einfach oder zu schwer, wenn ich da drüber latsche und schön aufgespießt bin. Nee, ich gehue zwei Stück von denen. Das ist scheiße. Wo muss ich hier raus? Toll, einer hat eine Axt. Auch toll. Und noch so ein aufgesp... Das wird ja hier schön schwierig gemacht für mich. Wo ist der andere? Ich glaube, irgendwo hinter diesen Kisten. Na? Oh, jetzt geht er gar nicht da lang. Ah, ich muss hier da lang, ich muss hier da lang. Ich muss hier da lang, sonst... Sonst ist nicht gesund. Wo muss ich hier hin? Muss ich da... Ah, okay, ich sehe schon. Oh, 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 shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit. Hier drüben! Na, komm hier hin, komm hier hin. Geh über die Stacheln. Ja, ja, und jetzt tschüss. Tschüss! Gut, einer weg. Noch besser, wenn der andere auch noch weg wäre. Hier drüben! Na? Oh, shit. Oh, shit. Ach, scheiße, die Falle ist ja gar nicht mehr aktiv. Ist sie nur einmal aktiv? Oh, verdammt, ja. Die ist wirklich nur ein einziges Mal aktiv. Nein, nicht in die Richtung, nicht in die Richtung. Oh, shit. Oh, shit. Nee, wenn ich das jetzt mache, dann kommt er genau aus der linken Seite. Von der linken Seite, meine ich. Na ja, komm, beweg dich weg hier. Alter, dass diese Falle nur einmal aktiv ist, ist ja echt mies. Ja, da hinten. Na, na, komm, 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 und raus hier. Der nächste Raum, der gefällt mir schon mal als recht gar nicht mehr. Da sind so viele in den, hinter den Gittern. Nee, schön. Ach, warum ducke ich mich hier? Was? Oh, schöne Scheiße. Raus hier. Komm, mach die, mach die Tür zu mir. Ja, okay, die Tür ist zu. Alter. Äh, die Tür ist offen, kann das sein? Yay. Oh, verdammt. Immerhin ist die Tür offen. Lampe. Danke. Ist hier was? Ich gucke immer die Umgebung ab nach irgendwas, was nützlich sein könnte. Aber ich glaube, in dem DLC werde ich wahrscheinlich nicht allzu viel finden, oder? Nö, da ist auch nix. Mach Platz im Müll, Sack. Ich muss hier durch. Da ist nix. Doch, da geht's hoch. Dann gehe ich halt da lang. Takchen, Baby. Ich glaube, das Ding muss ich wohl aufmachen. Mit den Sicherungen, oder? Äh, aufmachen. Aktivieren. Oder auch nicht. Das geht schon. Ja, das ist, äh... Was ist denn das mit denen? Was ist das? Ich höre da hinten irgendwas rumknabbern. Noch so ein Zombie. Na, ist ja toll. Ich mache jetzt aber hier fürs erste Schluss. Und sage daher auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye.